Und das ist Beziehungsmanagement und da sind wir halt wieder auf diesen anderen Ebenen, die da quasi weiter drunter sind, weil im Endeffekt, wenn, also ich rolle es nochmal anders auf, auf dem Beispiel, wie du es gesagt hast, mit den anderen Blickwinkeln oder den Perspektiven, ist, dass ich als Führungskraft eben alle Einzelpersonen aus dem Team auf einer anderen Ebene kennen sollte, als die Teammitglieder unter sich. Und das soll das quasi bedeuten, als Beispiel, wenn ich eben sage, das ist die Task, die müssen wir machen, dann muss ich wissen oder ich muss zumindest verstehen, versuchen oder lernen, wie das bei den unterschiedlichen Menschen ankommt. Nämlich die eine Person, wie ich es vorhin als Beispiel kurz gesagt habe, die eine Person wird das hören und wird sich denken, kommt auf meine Liste. Und die andere Person, weil sie vielleicht selber eben mit einer anderen größeren Task schon arbeitet, wird sagen, oh, das klingt sehr wichtig, das möchte ich gleich machen. Und dann haben wir schon immer halt des Teams eine komplett unterschiedliche Erwartung, was denn von der Führungskraft gekommen ist und das ist natürlich schlecht, weil dann ist es am Ende, kommt das Produkt vielleicht falsch raus oder dann heißt es wieder von oben, ja, aber was ist denn hier passiert mit dem Projekt? Und dann kann man als Führungskraft dann wieder sagen, ja, aber ich habe es doch allen kommuniziert. Und dann sind wir schon wieder in diesem Teufelsgeist mit, ja, es ist schön, dass man selber als Führungskraft kommuniziert hat, aber wie ist es angekommen? Wie wurde das kommuniziert? Wurde es klar gemacht, welche Wichtigkeit dieses Projekt hat oder diese Task hat? Wie ist überhaupt meine Beziehung mit diesen Personen? Könnte ich dort nochmal individuelles Feedback geben während dem Arbeitsprozess? Verstehe ich überhaupt, wie diese einzelnen Mitarbeitenden an Task rangehen? Muss ich die eben an der Hand nehmen? Also da sind wir jetzt quasi wieder den ganzen Bogen gespannt mit. Muss ich die an der Hand nehmen und ihnen genau sagen, das ist jetzt wichtig, das müssen wir so machen? Oder kann ich sie ganz frei quasi arbeiten lassen, weil sie eben wissen, wenn das so und so kommuniziert wird, ist das meine Priorität 1, dann mache ich das als allererstes sozusagen. Also es ist natürlich dynamisch, aber es kommt halt immer darauf zurück, dass die Führungskraft durch diese unterschiedlichen Perspektiven einfach in der Verantwortung ist, diese Perspektiven zu nutzen auch. Und nicht nur für sich zu behalten, sondern das muss quasi umgesetzt werden in entsprechende Handlungen, die das ganze Team voranbringen.